Oh nein, du bist einfach zu groß. So, dann wollen wir mal die Nebel schneiden und das Genick frei. Ich glaube, ich wollen mal einen Hocker. Schau mal, ob die Decke passt. Das sieht doch ganz genügend aus. Sie ist doch zu kurz. Und dabei hat der Verkäufer gesagt, dass das eine ganz normale Großpferde denke. Dann muss ich sie doch mit XXL nehmen. Oh, du bist echt zu groß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.